Ich gehe gleich in ein Atelier, die hier noch meine Kollegen vor und Marie mit mir vor der Rechteil der Kabine sowie Manuela und Martina nehmen in der Rechteilung. Ich lege diese Voraussichtlichtung und wird Voraussichtlicht drei Stunden und fünfzehn Minuten besagen. Ich bin in Bedankin. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.